Bevor wir in den Unbesiegbar-Modus schalten, abonnier ganz kurz meinen Kanal und aktivier die Glocke. Danke, dass es dich gibt. Next Level, Baby! Legenden sind unsterblich. Ihre Körper werden zerfallen, aber ihre Taten bleiben auf ewig. Die Inspiration bleibt auf ewig, der Geist bleibt auf ewig, die Hinterlassenschaften bleiben auf ewig bestehen. Wir trauen nicht um den Verlust von all denen, die gegangen sind, nein, wir schätzen ihre Präsenz jetzt wert. Denn wir haben die Möglichkeit, aus den Erlebnissen und Erfahrungen von all den Legenden zu lernen und können sogar unser eigenes Leben dadurch bereichern. Wenn wir uns an den guten Taten ein Beispiel nehmen, ist es nicht das, was all die großen Legenden, die leben und gelebt haben, von uns, von dir und mir wollen würden? Ja, das ist genau das. Stellen wir ihr Erbe der nächsten Generation zur Verfügung. Stellen wir unser, dein und mein Erbe jetzt schon der nächsten Generation zur Verfügung. Sei kein Durchschnitt, sei kein Mittelmaß, sei unbesiegbar und wachse zur Legende. Werde eine Legende, verdammt nochmal. Jupp! Eine Legende zu sein bedeutet Exzellenz, Disziplin, Integrität, Selbstachtung, gegenseitige Unterstützung und immer nach mehr zu streben, um die beste Version von dir selbst zu werden. Es liegt in deiner Verantwortung, diese Qualitäten zu leben und weiterzugeben. Es liegt in unserer Verantwortung, die Menschen durch unsere Taten zu inspirieren. Taten, nicht Worte. Komm ins Handeln, Mann! Denn es ist einfach zu denken, dass nichts mehr Sinn ergibt. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und manche viel zu früh. Ja, und dies und das und jenes. Alles ist so schlimm. Das ist genau das, was dich von deiner Unbesiegbarkeit ablenkt, Mann. Alles ergibt einen Sinn. Jeder Moment, jede Entscheidung, alles. Jede Entscheidung, die du triffst, ist ein Teil deines Erbes, welches du irgendwann zurücklässt. Die Frage ist nur wie. Jede Entscheidung, die du triffst, beeinflusst nicht nur dich, sondern die Menschen, die du liebst. Auch die du hast. Und für alle, wer du bist und wie du dich in deiner Umgebung präsentierst, ist elementar. Sei du selbst. Glaube an etwas. Wer bist du? Zeig dich dieser Welt in deiner vollen Größe. Die Arbeit, die du in dich investierst, die Standards, die du dir setzt, wirst du weiter an die nächste Generation vererben. Wie wirst du in Erinnerung bleiben, Mann? Glaube an dich. Und du wirst diejenigen, die du liebst, dazu inspirieren können, das Beste aus ihrem Leben rauszuholen. Und du wirst sie dazu bringen, auch die beste Version von sich selbst zu sein. Du bist jetzt schon eine Legende, Mann. Hä? Das ist der Grund, warum Millionen um die ganz Großen unter uns trauern, wenn sie gehen. Versteh mich nicht falsch. Jeder ist groß. Aber nicht jeder zeigt sich groß. Diese Menschen haben Millionen anderer Menschen inspiriert, motiviert, zum Lachen gebracht, zum Tanzen gebracht, was auch immer. Millionen Menschen trauern, obwohl sie diese Person eigentlich gar nicht kannten. Nur aufgrund dessen, weil sie ein Beispiel, ein Vorbild für uns waren oder immer noch sind. Frage dich. Holst du, holst du das Beste aus dir heraus? Diese Menschen gaben uns ihre Herzen und ihre Seelen. Sie steckten so viel Arbeit hinein. Arbeit, die sich auszahlte. Arbeit, die Resultate zeigte. Legenden geben nicht auf und Legenden lassen sich nicht unterkriegen. Aber Legenden kommen auch niemals an. Denn sie sind immer auf der Suche nach dem nächsten Berggipfel. Legenden sind unsterblich, weil ihre Herzen weiterleben in jedem von uns. Ihre Herzen und Seelen leben weiter durch ihre Vorbildfunktion. Laber nicht, sei ein Vorbild. Mach es vor, Mann. Unbesiegbare zeigen der Welt, was möglich ist. Wenn du dich deinen Träumen leidenschaftlich widmest. Wenn du deine Träume niemals aufgibst. Wenn du dich weigerst, ein durchschnittliches Leben zu führen. Und nicht, dass das schlimm ist. Sei, wie immer du sein willst. Aber vielleicht willst du alles geben, was du hast, um zu sehen, dass alles möglich ist. Also, nimm dir ein Beispiel an Legenden und nutze sie zu deinem eigenen Vorteil. Lerne aus ihrer Arbeitsmoral und setze das in deinem eigenen Leben um, was dir gefällt. Ist das nicht geil, Mann? Lerne aus ihrer Disziplin und entwickle deine eigene. Lerne von ihrer Hingabe und gebe dich deinen eigenen Träumen hin. Weigere dich aufzugeben. Wenn du deine volle Größe ausleben willst, dann lerne von denen, die groß sind oder waren. Die meisten sind besessen. Besessen davon, der Beste zu sein. Nicht besser als die anderen. Wen juckt's, was die anderen machen? Aber besser als sie selbst. Ihr Selbst von gestern. Sie versuchen, mit den Künsten umzugehen. Groß ist nicht groß genug für diese Menschen. Sie müssen die Größten der Größten für sich selbst sein. Wir erinnern uns an unbesiegbare Legenden, weil sie ihre Herzen und ihre Seelen gaben. Sie transzendierten zu Supermenschen. Sie haben gelitten und mussten Dinge opfern. Wie jeder andere von uns auch von Zeit zu Zeit. Und trotzdem erschufen sie Großes. Sie setzten sich Ziele von denen andere dachten, Scheiße, das ist unmöglich. Das kann man nicht erreichen. Diese Menschen legen die Messlatte höher. Verstehst du das? Diese Menschen setzen neue Maßstäbe und neue Standards. Sie sind auf dem nächsten Level. Also, willst du unbesiegbar sein? Willst du eine Legende sein? Dann such dir das nächste Level in deinem Leben und sei ein Vorbild. Dein Vorbild wird auf ewig bestehen bleiben. Du bist unbesiegbar. Und du bist unsterblich. Du kannst eine Legende sein. Schon jetzt. Du bist unbesiegbar. Next. Damit hat alles angefangen mit diesem einen Video. Als ich das das erste Mal gesehen habe von Next Level Motivation. Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, seine Videos zu gucken. Diese Energie, dieses eine Video, wo ich das gehört habe. Good morning world. Das hat mich so geflasht. Und der Rest ist auch der Hammer. Also, ich feiere diese Videos. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Der wirklich, auch wie ich, Persönlichkeitsentwicklung macht. Diese Videos sind so krass. Sie schaffen es sogar, richtig krasse Emotionen aus mir rauszuholen. Weißt du, dass du dein Leben steuern kannst. Ich habe mein Leben so krasse Scheiße erleben müssen. Aber, ich bin unbesiegbar. Ich bin trotzdem noch da. Ich bin immer noch Energie. Und von daher, mega Video. Das ist... Falls du Interesse an einem persönlichen Coaching bei mir hast, wo ich dir zeige, wie du dich authentisch in dieser Welt präsentierst, aus dir selbst herauskommst, ohne dass deine eigenen Gedanken und Gefühle dich zurückhalten und du Angst davor hast, was andere Leute sagen und denken, Perfektionismus loslässt, damit du jeder Situation souverän begegnen kannst und ein selbstbestimmtes Leben führst. Aufhörst, im Schmerz zu baden, denn du bist ein Geschenk für diese Welt. Und es wird Zeit, dass du dein Licht in diese Welt trägst. Hör auf zu warten. Jetzt bist du dran. Dein nächstes Level ist jetzt. Bewerbe dich auf ein Next Level Coaching unter www.thenextlevel.de und präsentier dich selbst. Ich freue mich auf dich und danke, dass es dich gibt. Next learn's about to choose. Next 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017